Wenn Frauchen ihn öfter Gassi führt. Vom spärlich Privaten zurück zur Karriere. Jetzt probt sie die Songs aus ihrer neuen LP, um damit auch auf der Bühne bestehen zu können. Jede einzelne Phase wird von ihr diskutiert und bearbeitet. Ein hoher Druck lastet auf ihr. Immerhin war sie schon mal Nummer 1. Auch ihre neuen Songs sollen gefallen. Ich bin nervös, of course, und ich bin ein bisschen Angst, zu sehen, was wird passieren. Und ich bin all psyched für mich, mit meinem Band zusammen und gehen, als ob alles zu fallen, als ob alles in Ordnung ist. Ich habe eine Gefühl, es wird. So, um... Nervös? Me? No, nicht, too. Wie ich sehe? Es wird.